Hallo und herzlich willkommen zur 197. Fall der Company of Heroes 2 Multiplayer-Modus. Ja, wir spielen mal wieder Sowjets. Wir haben immer noch das IP-Wochenende. Haben dabei den Amisar und den 68K, wie ihr hier seht, die im Moment noch keine Commander genommen haben. Wir werden diesmal die Sowjetindustrie-Taktik nehmen, mit dem schönen KW-2. Und ja, entschuldige mal. Bin mir gar nicht so sicher, ob das übrigens so klug ist, die so früh zu nehmen. Da man ja doch relativ viel Manpower verliert. Aber ich denke, schauen wir einfach mal. Wir werden das jetzt mal so durchziehen. Und ja, ich hoffe mal, das klappt irgendwie. Die Taktik ist halt doch nicht unbedingt einfach, möchte ich mal sagen. Also in einigen Bereichen ist die doch recht schwer umzusetzen. Immer wieder dieses... Also ich weiß inzwischen, woran das liegt damit. Also immer, wenn man rauskappt, kriegt diese blöde Steam... Oder das blöde Steam-Overlay, sobald ich das nächste Mal Schiff drücke. Ich bin ein bisschen behindert. Das ist die, merkt sich anscheinend, dass wir die Schiff-Taste gedrückt haben. Naja... So... Wir haben es! Wir haben das, dann geht mal da rüber. Du, 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 du... Ja, ich bin ja mal gespannt, ob wir überhaupt den KW-2 aufs Feld bekommen. Und ob wir uns damit wirklich... ...was Gutes tun. Und ob das nicht eventuell sogar nach hinten losgeht. Und leck' schon wieder ein kleines bisschen. Hast du's? Leck' Sollen wir etwas spüren, keine Frage. Na, komm. Lege, lege, leck'. Ab nach vorne. Na, da hat mir jemand ein bisschen zu hoch eingestellt. Geht mal hier in Deckung. Leck. Alter Schwede. Na, ist schon extrem. Äh, Lungs. Ich bin nicht umsonst so hingeschickt, dass ihr alle in der grünen Deckung seid. Warum gehst du jetzt da rüber? Warum? Eins, zwei, drei, vier. Bewege! Alter. Ne, sorry, aber... Wenn der das wirklich ist, der das Spiel so auffällt... ...dann kann man meinetwegen raus. So, wir sind auch schon Images. Aber gegen Images müssten wir eigentlich ganz gut sein. Na, das kann natürlich jetzt ja Ewigkeiten dauern. Die beiden Dinge nur noch ballern. Egal. So, wir haben hier Monys. Die braucht man gar nicht. Wir schießen hier einfach zusammen. Ja, wir sparen uns halt auch aus dem Wasgeld. So, einer geht dahin. Einer geht dann hier mal rüber. Ein bisschen unterstützen. Na, irgendwie... Komisches Spiel bisher. Ich hoffe, da hier unten was, was da tun muss. Ah, die haben eine Kommande genommen. Okay. Alle, die in Anfangs sprechen, die normalen Kommande, ne? Oh, da ist ein Auskrieg, ein Typik. Ja, ja. Nur mit Deckung... ...wird er da auch nicht hier ausrichten können. Ihr, Befehl, Genosse, Pioniere, Einsameraden. Die kloppen sich hier immer noch. Jo. Ich will die gleich wieder umdrehen. Na. Wollt ihr mal ein bisschen was haben? Wir haben ja bestimmt was für euch. Schaut mal her. Und hopp. Ach, ne, den haben wir ja sogar schon. Ach, den hatten wir noch gar nicht. Ach, ach, ach. Ja, jetzt wird's ein bisschen eng. Was habt ihr denn da jetzt? Oh. Feindliche Strecke, der neutralisieren einen Sektor. Ah, ihr habt euch aber auch ganz schön... ...ganz schön heftig hier. Sagt man so schön. Mit allen möglichen Niedeln. Ja, komm. Wir wurden nach hinten beworben. Ihr habt euren Beitrag geleistet. So, ihr könnt dann auch mal weg. Oh, komm, Leute. Der Typ nervt echt. Der lag so krank. Krass. Wir sind bereit. Wieso sind die, ich wollte gerade sagen, immer noch nicht weg? Oh, danke. Danke. Oh, was für eine Wohltat auf einmal. Krasse Scheiße. So ein Unterschied das macht. Da merkt man mal, wie extrem der Anleggen war. Ja. Gefällt euch das? Interessant. Ah, wenn wir mal drin stehen bleiben? So, wenn das so ist. Dann macht das mal. So, wir haben keine Manpower im Moment. Echt so ein kleines Problem. Interessant, dass die immer noch da sind. Ja. Dann schneiden wir uns mal direkt vor seiner Nase hin. Einfach mal in die Fresse ballern. Wieso denn? Da hat er sich versteckt. Da hat er sich versteckt. So, wir müssen nochmal wieder hier hin. Ich hab auch jetzt klar zu kommen. Er auch. Oh, wie meint sie das ja ganz gut aus. Bis jetzt zumindest können wir uns nicht beklagen. So, hier ist auch nix. Gut gemacht, Genossen. So, hier ist auch nix. Wir gehen mal hier rüber. Ja. Nix zu tun im Moment. Krassische Scheiße. Oh. Mit Mörser. Ja, nee, ist klar. Ist schon recht. Ist schon recht. Wir haben ja schon ganz gut Treibstoff angesammelt inzwischen. Sollen wir etwas bauen? Oh, hier ist der Netz eigentlich. Eigentlich brauchen wir im Moment gar nix. Im Mg wäre halt ganz nett. Gut. Hier ist der Netz, ja. Ähm, was habt ihr da jetzt genau als Auftrag? Ich bin interessieren. Was ist sein Plan? Ja, wir haben ein paar mehr Truppen hier. Wird jetzt zwar nicht gefallen. Aber genau so ist es. Tschüss. Ja, wir haben hier einen Auftrag definitiv erfüllt. Bööö. Ah, kriegen sie ihn noch? Ne, oder? Ist das nicht euer Ernst? Ach, verdammt. Ach, komm. Wir gehen jetzt hier nochmal rüber. Und wir holen uns mal ein Mg. Weil ein Mg ist... Ne, komm. Wir nehmen uns gleich ein AT. Wir brechen auf. Wir werden das Territorium... Ein bisschen absichern. Rücken ab, zwei der Oberung. Ach, jetzt merken wir uns wieder. Wir haben eindeutig zu wenig Manpower. Hätten das Ding nicht so früh nehmen sollen. Hätten das eindeutig nicht so früh nehmen sollen. Hop, hop, hop. Was ist der gleiche in den Mörser auf uns? Hier geht der auch ab. Da, 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 da. Scheiße, die Scheiße, die Scheiße! Sollen wir etwas sprengen? Wir sofort der Ruh. Reparaturstationen bereit zum Bau, Genosse Kommandant. So. Oh, jetzt ist das noch schön. Ingenieure gegen Ingenieure. Rückzug! Ein Ruh ist auf uns gerichtet! Sie haben Befehle? Ach, das ist unser. Guck da. Schnapp doch dieses Ziel, Genosse gefallen! Ja, toll. Da muss natürlich Daniel noch reinrennen. Naja. Naja. So, das hatten wir auch. Komm, eigentlich mal. Wo ist's? Oh. Bauer. Oh, jetzt kommt er da mit dem blöden Angegen. Tschüss. Doch, holen wir einfach mal ab. Joa, komm. Können wir uns das im Moment erlauben? Ja, braucht doch mal eine schöne... Ja, komm. Und euch, glaube ich, ein bisschen besser aufteilen. Ich würde lieber den Feind abknallen. Wir zieren die Schlacht, Genossen. Dann hat das auch wieder eingenommen. Das sieht doch gut aus, soweit. Die AT bleibt erstmal liegen. Das war nicht Ihre Befehle, Genossen. Hm, hm. Oh, was bitte? Achso, ja. Ja, das war ja irgendwo zu erwarten. Hm. Sehr ruhig alles hier. Eigentlich schon fast zu ruhig. Aha. Da haben wir dann gleich ein Ziel für unsere AT. Und ein Panzerführer wird dann wieder da. Äh, ja. Jetzt kommen sie irgendwie aus allen Richtungen. Aua. Da ist ein Unheil. Au. Ja, das war ja zart. Das war ja zu... Hallo? Was ist denn da? Ah. Was kriegt denn noch? Oh, nie. Möse. Äh, Möse. So soll ich schon. Möse. Möse. Ich bin aber genauso auf den Arsch, ja. Finde ich nicht lustig. Das finde ich nicht lustig. Wer denn da? Na ja. Okay. Na denn? Wenn das so ist. Ah. Cool. Wir sind hier fertig. Nicht, dass die draufgehen. So, jetzt können wir aber hier mal... ... den Panzer 4 penetrieren. Wäre sehr nett. Jep. Was ist denn? Da, 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 da. Da, 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 da Das ist hier schon bereit, wenn man das sagt. So, aber nicht hier. Oh, ich weiß nicht so richtig. Ich glaube, bis dem kann man auch in den Luft fliegen. Oh Gott. Sache mal. Jetzt reicht's aber hier. Eieieieiei. Joa, das sollten wir ja wohl hinkriegen. Ah, ne, dann bleib lieber da. Dann bleib lieber da hin. Ich hab da auch schon was. Wir dürfen dieses Territorium nicht in was. Ich geh auch noch mal wieder hin. Hm, na, sieht so weiter eigentlich gar nicht so schlecht aus. Was? Was kommt da? Ah, klar. Äh, oh, 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 shit. Ein bisschen später drüber nachgedacht. Der Feind hat noch immer 300 Punkte. Besatzungen können jetzt ihre eigenen Fahrzeuge reparieren. Oh. Oh, oh, oh. Das ist nicht so schön. Ja, wir haben ihn auf jeden Fall immerhin schon gleich gepennt. Das ist gut. Ja, sorry, aber... Da muss ich mich jetzt mal verbieseln. Wenn wir mal eine S.U. wollen. Das ist ein Panzer 4. Wieso werden die da angegriffen? So. Wo haben wir denn... Und da haben wir einen guten Schusswinkel. Okay, also jetzt nehmen sie es ein. Hat ein bisschen gedauert. Finde ich aber gut. Was ist denn jetzt los? Okay. Ich brauche noch einen Moment. Wieso leckt das denn jetzt so? Gecko, aufzuleggen. Gecko? Nein. Gecko? Nein. Gecko? Gecko. Gecko. Da ist Gecko raus. Da ist uns nicht doof. Das ist doch doof. Naja. Da kommen wir ja auch nichts für. Ja. Was machen wir denn jetzt im Moment mit unseren Ungis? Nicht eine gute Frage. Das ist nichts. Dann haben wir in die Richtung. Schöner. Nein. Da lang. Dreh hin. Ach. Gucken wir mal. Da haben wir doch was. Ähm. Pff. Aua. Nur mal Panner. Nur mal Witze. Ja. Das war jetzt dumm. Naja. Kann man jetzt auch nichts mehr machen. Alter. Was ist denn das gerade gewesen? Mörser? Mörser. Eieieieieieieieieieieieieiei. Wir sind bereit Ihr wollt hier bestimmt nicht sterben Die Cap reicht erstmal Hopp 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 Direkte Schüsse Der Feind hat unseren Versorgung Da kommt ich noch ein bisschen rein So Ja Die sind futsch Naja Wir haben aber auch zwei Kopi verleihen Nein Lässt du das mal? Lässt du das mal bitte? Ach guck mal Da ist der Hunter glaube ich glaube wieder gewesen Ja Alter Was denn Scheiß Los den Gakka Ja da ist er Ich habe es richtig gesehen Genau Da ist er Gibt Gas Gibt Gas Ich habe gar nicht so verpustet Glück ist das hier gerade tun Zumal wir den inzwischen schon gerade nicht mehr sehen Warte oben Ach deswegen Okay War wirklich jetzt auch wieder so typisch Ich habe es so gut So gut Soll ich es eigentlich nicht sehen Ah 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 Okay Los Gas Scheiße Scheiße Ähm, Aua Irgendwie Mach ich hier gerade ganz schön Mist Muss man nur sagen Das war ganz schön extrem Oh, 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 oh Schafft er es noch? Aber super Sieht gut aus So, und hier gibt's mal auch ein bisschen Gas hier Mann, Mann, Mann Wie viel kostet der? 440? Könnte man ja eigentlich noch mal einen Gebrütenfropolen Ja Oh, ja Mach mal da eine Granate Die sonst wohin geht Das hab ich ja schon gesehen Sie sind Elite Ist nicht schön So, repariert man Mann, Mann, Mann Ob das inzwischen umreperiert werden? Die auch Eieieieiei Jetzt sind wir mal komplett von voll drunter Nicht so toll Gut, aber das hier, es nervt mich auch ein bisschen Sollen wir uns, glaube ich, jetzt mal gleich eben drum kommen So, hopp, hopp, hopp Sollen wir, das muss repariert werden Das klingt auch, auch noch ein Moment So Ja, wir werden ein bisschen von hinten gerade angegriffen Ja, lasst euch da nicht immer auf dem offenen Feld So So Erwischen Ja, 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 ja Und die hat gut besessen Die hat gut besessen So, die kommen wir noch da Was war denn da? Scheiße, ich bin gar nicht weg Ähm, ja Bisschen zurückziehen So Ich glaube, ich habe das aber nicht so richtig gesehen, was da was ist Ist so schön Ach Fakt mal, war auch nix hier Jetzt Das sah doch gut aus So Die Warnen reparieren Da ist nix mehr Die kommt da hin Die dann nochmal eben nach hinten Lol Was will er denn? Was will er denn? Bleib mal locker, mein Freund Bleib mal locker Du wirst schon gleich merken, wie sehr wiss er ist Das wirst du schon gleich merken Sollen wir etwas bauen? Pioniere, wo ist euer Wärmzeug? Es gibt Arbeit Faltkontakt Sollen wir Wenn das repariert wird, dann wird er nicht errichtet Nein, der muss weg Wir haben das Feuer auf uns eröffnet So, der wird dann mal eben hier hin Da-da-da-da-da Die Feuern auf uns Na Ist nun was dran oder was? Wir können jetzt einen schweren Sturmpanzer KB2 nutzen Wieso schießt er nicht? Doch Doch, doch, der schießt So, Jungs Ab nach vorne Ja, ein bisschen Support Wäre natürlich jetzt Krono Na, komm schon Ähm Warte, was kommen da denn jetzt für Fußdruppen-Porten gerade? Finde ich nicht so lustig Aber wird er jetzt erstmal richtig schön aufbauen hier Erstmal gleich richtig Action machen Ähm Jetzt muss ich auch auf die Fresse hier Das wird nicht mehr hier gemerkt, hab ich gemotzt Da glaubt man dran Ist da keiner dran? Wenn ja, dann schießt man drauf Perfekt Dann So, dann nochmal einen zweiten holen Oh, 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 oh Was? Ah, nein, sind natürlich genau reingelaufen Scheiße Wo ist das nicht? Okay Schwerer Panzer hier So Schießt der denn im Moment drauf? Soll mal Auf den da schießen Ah, super weg Ah, ich bin auf der Brücke, verdammt Oh, 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 oh Fuck Wieder ein verloren Slip So, wir reparieren nun noch Der noch Auch noch So, der ist ready Vollert aber auch noch Der will aufschießen, hat er gehört Ah, das sieht doch schon mal ganz gut aus, was wir hier zu treiben Ja, ja, man sollte nicht immer gleich sofort Meckern Manchmal braucht man halt auch ein kleines bisschen Was bei den Deutschen auch auch so mit manchen Parkwäcken So, der wird dann jetzt erstmal abbauen Ein Stück nach vorne kommen Da steht der eigentlich so weit ganz huge So Da ist mal ein bisschen nach vorne hier Der stand ja eigentlich ganz gut Würde ich mal behaupten So Oh, lol Da haben sie aufgegeben Ja, man sollte nicht immer gleich meckern Man sollte nicht immer gleich meckern Aber egal Das lernen manche Leute dann auch erst ein bisschen später Ich glaube, der hat auch keine Ahnung gehabt von den Von dem Commander Die Schwäge, den das ja bestimmt überhaupt nicht geguckt hat Aber egal, egal Man hat recht Wir sind anfangs wirklich viel immer zurückgeflogen Aber letzten Endes Denke ich mal, war das mehr als in Ordnung Ja, er hat sich ganz gut gemacht Das muss man wirklich sagen Aber da sind noch eine ganze Menge rausgeflogen Ja, ich hoffe trotzdem, ihr habt soweit Spaß gehabt Und auch mal einen kleinen Einblick bekommen Kommt Wuh 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 Langsam Vom KW-2 Commander So Und ich denke mal, den werde ich beim nächsten Mal auch wieder nehmen Oder den mit einer dicken Artillerie Na, schauen wir mal Na gut Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt Und ja Wir sehen uns dann beim nächsten Mal Bye, bye